Und damit willkommen zurück wieder zu Assassin's Creed Samuram und wir müssen ja das Junge mach mal deinen Führerschein oder Pferdeschein mach mal ne Eigentlich hab ich gedacht wir können ja in Ruhe reden und ich schau mal an die Hühner rein Ja wir haben ja die oder das versteckte Händler jetzt entdeckt wo die den Typen versteckt gehielten gehielten das klingt auch wieder so scheiße ist egal jedenfalls muss man jetzt zu dem Schiff Samur fliegt schon mal ein bisschen voraus und wir müssen zu dem Schiff Wir können es ja zerstören hat er auch gesagt steht da oben aber schön wenn wir es so halbwegs heile wieder kriegen Das war halt richtig gut wenn wir es so halbwegs heile werden was ist das hier so Leinen Tücher Schickner Samur ein so Okay. Das Boot steht ja ziemlich... Okay. Ich wollte gerade sagen offen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen arg schwer bewacht. Okay. Mal sehen, wie wir das machen. Halt! Bleib stehen! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ne Spur? Was war das denn? Glaubst du, das war ein Teil eines größeren Angriffs? Hab allerdings sonst nichts mitbekommen. Du wirst bluten! Erst du! Okay, ich glaube von hier ist es schlecht lang zu gehen. Es ist ja blöd, dass die hier so extrem scheiße patrouillieren. Oh, fuck. Hast du schon was gefunden? Ja. 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 Die Zeit ist um! Ich breng mich um! Da gibt es jetzt durch! Da gibt es alles nichts! Ungefähr hier war es! Also... Nichts! Nee! Was? Na, guck mal her! Wo bist du? Ist den schon vergiftet? Ja! Stimmt endlich! Da bist du! Ja! 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 Hey! Komm jetzt raus! Wenn du die Eier dazu hast! Ungefähr hier war es! Oh! Oh! Nein! Hältst dich für was besonderes, ha? Ha! Was? Du Genere! Hey, komm jetzt raus, wenn du die Eier dazu hast. Hey, komm jetzt, bei den Göttern, bist du betrunken? Okay, jetzt gehen wir hier rein, da ist nämlich noch ein Schatz. Hey, hey, Buss, hey, that's us, step! Hey, Buss, hey, Buss! Das Schiff brennt hier. Das Schiff brennt hier. Schiff Vollgas voraus. Dann haben wir es doch so gut wie Heile wieder gekauft. Jetzt wollen wir ein bisschen erzählen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Das Schiff brennt hier. Das Schiff brennt hier. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären dir zu helfen, Savos. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefeto ist viel zu mächtig. Zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Sefeto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Ikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Ja, neuschild. Dimmst du 2, wir setzen nur. Feuerwiderstand, Fernkampfwiderstand. Hey, was ist das? Ich glaube, wir haben jetzt ein paar neue Empowern gegeben. Und sich nicht. Okay. Dann wollen wir uns erst mal in den Gehhöfen. Okay. 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 Verwägung! Los! Was? Du kommst nicht vorbei! Wir sind hinter mir, Harry! Das war jetzt nicht die Bote. Oh! Hab ich nicht! Verdammt! Wer bist du? Diese Schakale werden die Menschen in dieser Region weiter ausbeuten. Ich muss mich um sie kümmern. Was stimmt nicht mit dir? Was? 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 Oh, 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 oh. Komm, Schmarotzer, ich zerquetsche dich! Ich will dir nicht gnädig sein, du Bastard! Hey, Waffen bereithalten, verstanden? Ich decke dich, Bruder. Hey, Waffen! Okay. Hey! Restage! Ja, das ist ein Ding. Bist du Nesamun? Bist du wohl auf? Happy, sei Dank, ja. Was war denn? Ich brachte eine Bierlieferung nach Yamo und plötzlich kamen diese Bastarde. Und? Ja, schon gut, ich bin kurz eingeschlafen. Trotzdem, die haben einfach alles ausgetrunken und gedroht mich zu töten, wenn ich nicht mehr für sie brauche. Bring die Ochsen zurück nach Syce. Du hast eine neue Lieferung vorzubereiten. Schlaf diesmal unterwegs nicht ein. Oh, ist eingepennt, hey. Oh, passiert, ne? Ich bin eigentlich auf dem Weg hier noch. Ja, haben wir da. Was ist der Punkt? Die Gnassen herunter noch. Du kannst nicht da drin bleiben. Du machst doch alles nur noch schwieriger für dich selbst. Ich weigere. Mein saudummer Bruder hat sich da drinnen verbarrikadiert. Mit wem redest du denn da? Es ist einer von denen, oder? Nein, du Idiot. Er fürchtet Zephetos Männer. Aber den Kopf in den Sand zu stecken hilft auch nicht. Ich bin doch kein Schlaus. Höre ich da Pferde? Sind sie das? Lauf besser weg! Bitte. Wenn er nicht arbeitet, werden Zephetos Steuereintreiber etwas Furchtbares tun. Ich weiß nicht, ob ich ihn überreden kann. Aber ich halte nach den Eintreibern Ausschau. Ich werde sie überzeugen, euch in Ruhe zu lassen. Jetzt war es halt cool zu wissen, und tötete Strauereintreiber. So, für noch mal. Wir wollen erstmal ein Klettert. Und dann, bevor wir da angehen, gehen wir hier hin. und dann, wenn wir da ein Klettert. Woah. Ah. What the fuck? Oh? Ja, schön synchronisiert wieder. Ja, zwei Minuten haben wir noch. Wir reiten glaube ich noch hin. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Oder, warte mal, können wir uns importen? Ne, ne. Ich glaube da haben wir noch nix. Ne. Ist klar, da haben wir noch ein Fragezeichen. Da sind wir auch auf dem Weg. Ey, jetzt sind wir schon einmal fast ringsrum. Voll geil. Hier müssten wir eigentlich auch noch mal vorbei. Noch mal eine Fragezeichen. Sieht zerstört alles da dran. Ja gut, zu den Pyramiden will ich auch irgendwann mal noch, ey. Hier sind wir, ne? Ja. Ja. Stimmt auch noch hoch. Interessant. Ja, hier sind wir Witter. Der Fremde. Ist aber alles viel zu hoch an der Stufe. Ja. Okay, da gehen wir jetzt noch hin. Und das würde ich sagen, mal mit der nächsten Folge. Ha. Yeah. Jump. Ähm. Pferd. Das sieht schon episch aus drin, ey. Ich trau mich bloß nicht einfach so mal hin zu rein, weil ich glaube wir werden da verricken, aber... Da kommt man bestimmt sowieso irgendwann hin. Da kommt man bestimmt sowieso irgendwann hin. Ja. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ha. Oh. Hm. Oh. Die patrouillieren hier. Die patrouillieren hier. Die patrouillieren hier. Ja. Die patrouillieren hier. Die patrouillieren wir. Die patrouillieren hier. Ja, in der die habe ich euch schaden. Okay. Hey, was? Ich breng dich um! Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Shit. Die sind ein bisschen stärker, würde ich sagen. Ich decke dich. Sei unbesorgt. Ich werde mich trotzdem nicht stärker. Was ist das? Hey, stirb, du Sau! Okay, schlau wärm hier, sonst gibt's hier nix mehr, oder? Okay. Mm-hmm, gotcha. Wow. Tja, dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Folge und spielen nun das Ding aus und ja, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.